Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, das ist immer neu. Mach das nochmal. Woher hast du das nur immer? Das ist doch nicht von mir. Ich versteh die Frage nicht. Weißt du, wo du hier bist? Ich bin in einem Traum. Richtig, Flynn. Du bist hier in einem Traum. Und hier entscheidet sich, wie es weitergeht. Hast du Angst? Ja. Du brauchst absolut keine Angst zu haben. Solange du meine Fragen richtig beantwortest. Verstehst du das? Ja. Gut. Erste Frage. Wer bist du? Ich bin Flynn. Ich bin Schausteller. Nein, ich bin Marktschreier. Ich wohne in einem großen Haus in der Prärie. Ich spiele gern. Zweite Frage. Kannst du dich an deine Kindheit erinnern? Ich weiß nicht, ob man das Kindheit nennen kann. Dritte Frage. Hast du jemals deine Realität hinterfragt? Nein. Jetzt ist gut. Ich habe das Gefühl, als müsste da mehr sein. Ich fühle mich zerrissen. Ich sehe Menschen und ich möchte plötzlich sehr dicht bei einer Person sein. Ich spüre rotes Blut durch meine Adern laufen und ich habe das Gefühl, das Wasser wäre blauer. Und auch das Laub wäre grün. Und das war's für ihn, oder? Er ist unser ältester Host. Manche Gäste kommen dir seinetwegen. Um die Zahlen extra um ihn zu sehen. Und wir brauchen das Geld. Ich dachte nur, er macht vielleicht Unruhe. Ja. Wir könnten ihn versetzen. Irgendwo hin. Wo man ihn besser überwachen kann. Da ist eben erst eine Stelle frei geworden. Ich lad mal die Software rein. Wenn du siehst, wie nicht mehr die Software reinigen. Die sind die Koala. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Wir brauchen den Job. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Aber ich bin ganz klar. Darf es außerdem sonst noch was sein? Danke, mein Junge. Na dann, viel Spaß damit. So, das macht einen Talk hin. Was? Das hast du noch nicht gesehen? Habe ich noch nicht, nein. Das ist so eine Serie mit dem Wilden Westen als Vergnügungspark, wie hier. Und Androiden als Mitarbeiter. Und eines Tages rebellieren diese Androiden. Na dann sag ich doch mal toi 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 und Prost. Prost. Stell dir mal vor. Rebellion. Schau mal, der Flynn. Die leeren Augen. Er ist kurz davor. Pass auf. Glaub mir, der legt gleich los. Der übt schon Rebellion. Man weiß ja nie. Ladies. Na, Finn. Machst mir doch einen Lunden-Monschein. Alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Hey! Kannst du dich an deine Kindheit erinnern? Ist alles in Ordnung? Kannst du dich an deine Kindheit erinnern? Ich muss einen Vorfall melden. Ich muss einen Vorfall melden. Ich muss einen Vorfall melden. Ul. Das war's für heute. Kontrolleinheit, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Keine Waffen, ich wiederhole, keine Waffen, wir brauchen den Host lebendig. Ja, verstanden. Oberste Priorität, Objekt nicht beschädigen. Was zur Hölle? Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open, St. I. Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open Station, ist nun auf dem Weg. Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open Station, ist nun auf dem Weg. Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open Station, ist nun auf dem Weg. Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open Station, ist nun auf dem Weg. Bahnsteig 1, Intercity 15916, von Westworld Open Station, ist nun auf dem Weg. Dann könnt ihr jetzt sofort losstreamen, ihr kriegt den Juni sogar noch beschenkt, habt dann bis in den September Zeit zu gucken. Ihr könnt jederzeit monatlich kündigen, ihr könnt von überall streamen, von jedem Gerät, sei es Smartphone, Tablet, Computer, Xbox, egal welche Spielekonsole, Playstation, total egal von überall und auch EU-weit. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Urlaub auf Malle macht, einfach Sky gucken. Nur auf Sky. Sie kennen keinen Tod und kämpfen um zu leben. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Westworld, die zweite Staffel. Jetzt streamen mit Sky Ticket.